Blockbuster. Es gibt Orte auf dieser Welt, die Dinge zurückbringen. Manchmal. Dieser Kater war tot. Schatz. Lassen wir uns von unseren Herzen leiten. Doch obwohl wir wissen. Ich weiß, was Ihnen durch den Kopf geht, aber sie wird nicht so zurückkommen, wie sie war. Daddy. Dass unser Handeln falsch ist, handeln wir. Manchmal ist der Tod besser. Die Free-TV-Premiere. Friedhof der Kuscheltiere. Sonntag, 23 Uhr. Verwanderung. Verwanderung. Vielen Dank.